Der Moderator und Schauspieler Dirk Bach ist tot. Nach Angaben der BZ soll der 51-Jährige in seinem Apartment in Berlin-Lichterfelde verstorben sein. Die Todesursache ist bislang noch unklar. Der Sprecher des Schlossparktheaters, Harald Lachnit, bestätigte die Nachricht. Bach sollte in wenigen Tagen bei einer Aufführung auf der Bühne stehen. Aktuell war Dirk Bach im Musical kein Pardon zu sehen. Auch im Fernsehen trat der beliebte Schauspieler regelmäßig auf. Sein Tod kommt deshalb umso überraschender.